Das erste Spiel im Doppel für den Aufschlag in Dennis Ticard an der Seite von Felix Wintermann, wenn ich nicht recht erinnere, waren die beiden mal vor Jahren Bayerischer Meister im Doppel. Momentan läuft es noch nicht um, sie haben den ersten Satz verloren. Wegen David Carsten mit Partner. Mal Tonne knappe Angelegenheit. Zwei Punkte Vorsprung für den Gegner am Ende. Aber eigentlich sollte das schon ein bisschen deutlicher laufen. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.